Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. Oh, it's fun. Einen wunderschönen guten Tag. Heute öffnen wir das Türchen 16, 17. In Tür 16 gestern, da war ja was ganz tolles und zwar ein weißer Kajal. Yay! Tada! Weiß benutze ich eigentlich überhaupt nicht. Vielleicht so als Eyeliner benutze ich dann. Aber weiß, also war Flop. Und heute öffne ich mit euch Türchen Nummer 17. 17 befindet sich hier. So, gucken wir erst mal, was sich dahinter bewirkt. Uh, die Spannung steigt mal wieder ins Unermessliche. Und... Ah, okay. Es geht schon gar nicht raus mal wieder, weil ich ein Wunder, wenn da mal überhaupt was rausgehen würde. Eine Nagel-Dingsbums da für die Zehen und Fußnägel. Ja, wow! Zum Nagel lackieren vielleicht ganz gut. So. Ja. Schick! Kann ich sicherlich damit was anfangen. Okay. Okay. Na gut. Wie gesagt, ich erwarte auch nicht allzu viel von diesem Kalender. Von daher... So, dann schauen wir mal, was sich hinter Türchen Nummer 18 für morgen verbirgt. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr hattet gestern einen schönen dritten Advent. In diesem Sinne, bis morgen! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Vielen Dank.